Heute schauen wir uns das Hotel Ibn Battuta an. Wir schauen uns das ganze Hotel an, vom Frühstück bis zu den Schwimmbädern, bis zum Abend, bis zur Deko. Im achten Stockwerk gibt es ein Schwimmbad, aber Ibn Battuta hat auch am Strand ein Schwimmbad. Und da kann man mit einem Shuttle hin oder wenn man mit einem eigenen Auto gekommen ist, dann erhält man da eine Parkkarte und kann auch dort parken. Was auch schön ist, ist, dass gleich in der Nähe, da auf der gegenüberliegenden Seite ein Mall ist, Ibn Battuta Mall, kann man auch abends ein bisschen laufen, was einkaufen, wenn man möchte. Das Hotel ist Quadeco sehr arabisch eingerichtet, von den Lampen und von der Musik. Wir schauen uns das ganze Hotel an. Wer ein Sweetheart hat, hat auch einen eigenen Eingang zu einem Restaurant. Das zeige ich euch auch im Video. Okay, kommt mit! Und wenn euch mein Video gefällt, vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und es zu liken. Okey, gut. Beinein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann noch ein bisschen wasser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020